In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Wechselrichter Pico CI 5060 von Kostal korrekt installieren. Beachten Sie die Hinweise zur Montage und bestimmungsgemäßen Verwendung des Gerätes. Neben dem Pico CI 5060 ist folgendes Zubehör im Lieferumfang enthalten. Eine Kurzbedienungsanleitung, eine Wandhalterung, drei Schrauben mit Mutter- und Unterlegscheibe, eine Sicherungsschraube, eine Abdeckung für den Kommunikationsanschluss, ein Montageset bestehend aus Dichtstopfen zur Durchführung von Kommunikationsleitungen mit drei Stopfen, Steckverbinder für die Kommunikationsschnittstelle, Ader-Enthülsen für Kommunikationsleitungen, eine Wi-Fi-Antenne, sowie DC-Steckverbinder und ein Demontagewerkzeug. Das Typenschild auf der linken Seite des Wechselrichters enthält die Seriennummer, technische Angaben und Warnhinweise. An der Gehäuseunterseite befindet sich der Anschlussbereich. Das Gerät bietet verschiedene Schnittstellen an, über die eine Verbindung zu anderen Wechselrichtern, Sensoren, Energiezählern oder eine Anbindung an das Internet erfolgt. Zum Anschluss der PV-Generatoren stehen Ihnen je nach Gerätetyp bis zu 12 DC-Anschlüsse zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür die mitgelieferten Amphenol-H4-Steckerpaare mit den entsprechenden Kontakten zur Verbindung. Neben den DC-Anschlussfeldern befinden sich die Kommunikationsschnittstellen des Pico CI 5060. Die beiden Ethernet-Schnittstellen im Anschlussfeld COM2 sorgen für die Integration des Wechselrichters ins lokale Netzwerk. Mit einer Netzwerkverbindung kann der Wechselrichter seine Daten über das Netzwerk an das Kostal-Solarportal senden. Die Steckerleiste verfügt über eine RS485-Schnittstelle und Digitaleingänge für Rundsteuerempfänger und NA-Schutzanschluss. Neben dem Anschlussfeld COM2 ermöglicht Ihnen die Kabelöffnung eine Durchführung der Netzzuleitung in den Anschlussraum des Wechselrichters. Auf der Vorderseite des Gehäuses befinden sich die Status-LEDs. Diese geben Auskunft über den Betriebszustand des Wechselrichters. Bringen Sie die Wandhalterung auf einer festen Montagefläche an. Heben Sie den Pico CI 5060 mit mindestens drei Personen auf die Halterung und montieren Sie die Sicherungsschraube aus dem Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass die DC-Schalter auf Position OFF stehen und die AC-Zuleitung spannungsfrei und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. Entfernen Sie die Schrauben der unteren Gehäuseabdeckung und nehmen Sie den Deckel ab. Schrauben Sie den Dichtring der Kabelverschraubung ab und drücken Sie die Schutzmembran ein. Führen Sie die einzelnen Adern der Netzzuleitung durch den Dichtring und anschließend durch die Kabelöffnung in den Anschlussraum des Wechselrichters. Schließen Sie die Adern mit den passenden Ringkabelschuhen M8 entsprechend der Beschriftung an das AC-Anschlussterminal an. Beginnen Sie mit dem PE-Kabel. Verschrauben Sie den Dichtring wieder fest mit dem Kabel am Wechselrichter. Das AC-Kabel ist nun angeschlossen und kann fachgerecht in die Unterverteilung verlegt werden. Schließen Sie den Gehäusedeckel vom Anschlussraum und schrauben Sie ihn fest. Schrauben Sie die beiliegende WLAN- bzw. WiFi-Antenne auf den Steckerbolzen. Hinweis! Der Wechselrichter verfügt über einen zusätzlichen Schutzleiteranschluss für Länder, die einen zweiten Schutzleiteranschluss fordern. Stellen Sie die Internetverbindung zu Ihrem Wechselrichter am COM2-Anschlussfeld her. Lösen Sie zunächst die Schrauben von der Abdeckung und nehmen Sie diese ab. Entfernen Sie den Dichtstopfen und tauschen Sie diesen gegen den geeigneten Stopfen mit Mehrfachdurchführung aus dem Lieferumfang. Führen Sie das Ethernet-Kabel durch die COM2-Abdeckung und schließen Sie es an eine der beiden LAN RJ45-Buchsen an. Dichten Sie das LAN-Kabel mit Dichtring und Überwurfmutter ab. Hinweis! Für den Anschluss an ein externes Gerät, zum Beispiel Datenlogger, schließen Sie ein RS485-Kabel an den mitgelieferten Stecker an und verbinden diesen mit der Schnittstelle im Anschlussfeld COM2. Stellen Sie anschließend die Verbindung zu Ihrem Computer, Router oder Switch her. Hinweis! Die zweite LAN RJ45-Buchse dient zum Kommunikationsanschluss weiterer Wechselrichter. Schrauben Sie die Abdeckung wieder an den Wechselrichter und dichten Sie das Kabel mit Dichtring und Überwurfmutter ab. Wenn Sie Erzeugungs- und Verbrauchswerte erfassen oder die Ausgangsleistung des Wechselrichters in das öffentliche Netz steuern möchten, ist die Installation eines COSTAL Smart Energy Mieters notwendig. Führen Sie die Installation wie zuvor beschrieben über das COM2-Anschlussfeld an der Steckerleiste durch und wählen Sie für den Pico CI 5060 die Schnittstelle RS485A am COSTAL Smart Energy Mieter aus. Schauen Sie sich bitte hierfür die Bedienungsanleitung und die COSTAL-Erklärvideos für den Smart Energy Mieter an. Verbinden Sie jetzt die PV-Leitungen mit dem Wechselrichter. Der Pico CI 5060 nutzt Amphenol-Steckverbinder vom Typ Helios H4. Schalten Sie die DC-Schalter am Wechselrichter auf Position OFF. Hinweis! Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Polarität der DC-Leitungen. Entfernen Sie die blauen Schutzkappen an den Anschlussbuchsen und stecken Sie die Amphenol-H4-Steckerpaare an die DC-Eingänge, bis sie hörbar einrasten. Orientieren Sie sich bei der Anschlussreihenfolge an den weißen Rahmen und den Bezeichnungen am Gerät. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung. Der Wechselrichter verfügt über bis zu 12 DC-Eingänge. Beginnen Sie bei den ersten beiden Anschlussbuchsen PV2 und stecken Sie das Steckerpaar auf die Buchsen. Verbinden Sie das zweite Steckerpaar mit den beiden Anschlussbuchsen PV6 im zweiten Anschlussfeld. Hinweis! Achten Sie bei mehreren Wechselrichtern in einer PV-Anlage darauf, dass beim Anschluss der PV-Generatoren keine Kreuzverschaltungen entstehen. Bei der Verwendung weiterer PV-Module beginnen Sie wieder im linken Anschlussbereich und schließen die Steckerpaare an die Anschlussbuchse PV3 an. Stecken Sie das zweite Paar an die Anschlussbuchse PV7 im zweiten Anschlussfeld. Schalten Sie die AC-Sicherung ein und stellen Sie die DC-Schalter am Pico CI5060 auf Position ON. Die Status-LEDs an der Vorderseite des Wechselrichters blinken grün. Die LED-Betriebszustände entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Für die Inbetriebnahme mithilfe Ihres Smartphones oder Tablets laden Sie bitte die COSTAL CI-App aus dem App Store oder Google Play Store herunter. Schalten Sie die Wi-Fi-WLAN-Funktion an Ihrem Tablet oder Smartphone ein und rufen Sie die Wi-Fi-WLAN-Einstellungen auf. Suchen Sie das WLAN-Netz Ihres Wechselrichters und wählen Sie es aus. Geben Sie als Passwort 12345678 ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Beantworten Sie die Frage Check mit Stay und starten Sie die App. Die App zeigt die gefundenen Wechselrichter an. Wählen Sie den Wechselrichter aus, den Sie im Betrieb nehmen wollen. Wenn die App die Meldung Connect zeigt, ist der Wechselrichter verbunden. Wählen Sie in der App die Seite Einstellungen aus. Die App zeigt Ihnen nun diverse Menüs an, in denen Sie verschiedene Konfigurationen vornehmen können. Um die Ländereinstellung vorzunehmen, benötigen Sie eine Zugangsberechtigung als Administrator. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Benutzerverwaltung und anschließend die Schaltfläche Benutzer wechseln aus. Wählen Sie die Schaltfläche Login as Administrator aus und geben Sie das Passwort SuperAdmin ein. Nehmen Sie die Einstellungen für den Betrieb des Wechselrichters vor. Navigieren Sie dafür auf der Seite Einstellungen zum Menüpunkt Wechselrichtereinstellungen. Wählen Sie anschließend Datum und Uhrzeit aus und bestätigen Sie die Eingabe. Wählen Sie anschließend im Menü Netzeinstellungen die erforderliche Netzrichtlinie aus. Gegebenenfalls sind weitere Einstellungen notwendig. Berücksichtigen Sie bitte hierzu auch die Vorgaben des Netzbetreibers. Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen und der Wechselrichter in Betrieb. Jetzt können Sie noch weitere Einstellungen in Ihrem Wechselrichter vornehmen. Zum Beispiel Einstellen der Länderrichtlinie, Einspeisebegrenzung und so weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017